Moin zu Anthem kommen wir jetzt nun zu der weiteren Trophy Erkundung mit Erkundung des Osttors. In dieser Trophy bekommt ihr eben Entdecker Osttor und wir gehen erstmal zu dieser Location, zum freies Spiel. Da landen wir eben bei dieser Rampe, bei der stille Fahrt. Als nächstes geht es eben jetzt hier in dieser Rampe weiter südlich. Da seht ihr eben diese Monumente, die da dranhaken und da haben wir die Quelle der Liebenden. Als nächstes gehen wir jetzt weiter nach Norden beim Osttor. Da seht ihr eben halt diesen Gebirge, wo eben halt eine Durchführung ist und da sind wir nun bei der Himmelsteinmine. Als nächstes sind wir jetzt in dieser Nähe hier, auch sind wir einmal in das Osttor herumgegangen, von den Gebirgen hier. Und ja, hier haben wir auch eine weitere Durchführung. Und da in der Nähe ist außerdem auch ein Dungeon versteckt, also eine Instanz. Das nennt sich eben halt Necropolis. Ja, dann gehen wir wieder nach Norden. Da sehen wir eben halt so eine Feste hier oben. Ihr könnt auch schon vorher zu der Feste hingehen. Das ist euch selbst überlassen. Aber hier müssen wir hier halt hin und dann haben wir hier den Himmelssteinpass. Als nächstes bleiben wir jetzt hier oben drauf auf dieser Bastion. Und dort in der Nähe ist halt eine Information versteckt. Die sammeln wir eben halt dann hier oben ein. Ich zeige euch jetzt nochmal, wo ich hier drauf bin. Gleich hier unten ist die Information. Als nächstes gehen wir jetzt in Richtung Nordosten. Und dort haben wir eben halt so eine Festung. Und da drauf auf dieser Brücke haben wir die nächste Information. Ja, jetzt gehen wir mal weiter südlich. Ihr könnt es aber auch hier schon vorher einsammeln. Das ist euch auch natürlich selbst überlassen. Und da haben wir eben halt diese Plattform. Und hier oben drauf haben wir eben halt die letzte Information. Und somit habt ihr auch dann die Trophäe mit den Erkundungen des Osttors. Ich habe es schon eingesammelt, deswegen seht ihr das jetzt auch nicht. So, ich danke auch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kurze Guide. Und hat euch auch geholfen. Außerdem würde ich mich auch über ein Like freuen. Und wünsche euch noch viel Spaß weiterhin hier bei Ampfer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.